Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zombies. Wir spielen eine Map, die heißt Die Goonies. Ob da alles, Restaurant oder so. Ihr wisst worum es geht, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Map schon ein paar Mal getestet, aber die Dogs sind einfach unfassbar stark. Ich habe schon die MP5 voll ins Magazin draufgehalten und dann ist erst einer der Hunde gestorben. Also das ist schon, das war schon ziemlich heftig. Das hier sind Soulfiller. Da werden wir mal versuchen einen zu füllen, bevor eine Dogrunde startet. In der Hoffnung, dass wir irgendwas bekommen, was Sinn macht. Problematisch ist, wir haben nur Stamina, Jug da hinten und Deadshot, nicht zu vergessen, Quick Revive. Das ist alles ziemlich für ein Eimer, außer Jug. Die Waffen hier selber, eine M4, SMG, AK5, MP5 und diese kleine Shotgun hier, S-Revive. Also, so ziemlich am Eimer sind wir. Get me this gun. So. Versuchen wir mal einen kleinen Zug von Zombies hier aufzustellen. Achso, bevor ich es vergesse, Like-Button drücken, abonnieren, Kommentar hinterlassen. Wäre echt toll, euch öfter hier wiederzusehen. Oh Gott, oh Gott. Surrounded. Oh, you'll like your chances. Ich verstehe nicht, warum hier kein Double Tap oder Speed ist. Das würde unglaublich helfen. Aber scheinbar hat sich der Mapmaker gesagt, Nein, brauchen wir nicht. Mini Circle? Ja, you can't shoot without bullets. Ich kann sie anpusten. Aber umschallen werden sie bestimmt nicht. Komm schon, gib mir eine gute Waffe. Ein Perk. Okay. Nicht das, was ich erhofft hatte. Vielleicht Stamina? Dass wir mehr laufen können von den Zombie-Hunden? Stopp! Oh Gott. Keine Drops, ne? Das muss ich noch dazu sagen. Also, wenn man sich ne Waffe holt, off the wall. Ansonsten nur bei der Box hier, wenn man die gefüllt hat. Ansonsten hast du so ziemlich... Keine Chance. Okay. Nächste Runde ist ne Doground. Da könnte man noch Munition bekommen. Bin schon echt daran, beim überlegen, ob ich Stamina abnehme. Ich glaube, das ist ne gute Idee. Wir bräuchten eigentlich nur Munition. Das war jetzt ne dämliche Aktion von mir. 30. Das reicht nicht. Ich bin guter Dörren. Ihr seht, was ich meine. Volles Magazin, bald drauf gehalten. Wow! Nichts! Oh Mann! RUN! It is! RUN! Paket 5! Oh Gott, no! Ich bin so done for it. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann! Keine Granaten mehr. Keine Granaten mehr. Oh Gott, no. Oh, und die spawnen noch weiter. Ich werd verrückt. No way! Was soll denn das? Oh Gott, nein! Das gibt's doch gar nicht. Ich brauche mir irgendeine Munition. Warum nicht? Warum nicht? Dieser Trick, er bringt mich um den Verstand. Are you kidding me? Gar nichts mehr? Null? Oh, komm schon. Run! Run! Quatsch! Müll! Dämlichen Trigger! Echt ey! Run! 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 Holy cow! Oh Mann ey! Oh Mann ey! Oh Mann ey! Oh je! Run! Run! Holy cow! What a damn poop show here! Meine Hand! Holy cow! Not cool! Kann ich das irgendwie kaufen? Nein, kann man nicht. Oder der Trigger ist genauso komisch wie bei den komischen Waffen hier. Ich mache den.. Das ist lasig. Nimm uns schon mal. Die Hände! Runde ist zu. Run! Oh Gott! Die Hände! Du hast ihn sehr gut! Die Hände! Die Hände! Ich geh jetzt! Okay, haufenweise Punkte, haufenweise Zombies, das könnte doch reichen, um das hier zu füllen. Wow, ihr wollt scheinbar unbedingt. Gott, oh Gott, oh Gott. Running in Circles is my only way to survive. Oh, wow. Okay. Okay. Das wird problematisch, hier sind Boxen bei, die sind. Oh, nicht fertig gespawnt. Oh, je. Run! 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 Komm schon, komm schon, komm schon. Gut. Hoffentlich öffnet dieses Ding irgendwas. Guck mal hier dran vorbei. Nein! Nichts! Oh je. Nichts! Ich wollte schon sagen, ein bisschen was geht rein da. Okay, M4, MP5, alles voll für ein Eime. Was haben wir hier noch? Das ist, glaube ich, die M4T... Nee, SKS. Super. Stop it! Okay. Zip! Zip! drauf gehalten Oh je Oh nein Oh nein Are you kidding me? Also diese dogs sind eindeutig zu stark Okay Gut Diese Map haben wir auch durch Also ohne Double Tap Ohne Speed Keine Chance Okay Wenn es euch trotzdem gefallen hat Like button drücken, Abonnieren, Kommentare hinterlassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann